Musik Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary dieses Mal vom Strand, oh wir sind schon voll Moment, gehen denn? Ja, ist wieder zurück Ah, was soll man machen, ist halt so, ne? Gut, es ist jetzt auch wieder spät, ne? Letzte Aufnahmesession war ja früher gewesen, von der Wehrzeit her Äh, was haben wir hier? Strand Hat sich was geändert? Nö, alles ist gleich, das Set ist das gleiche Double Insie ist das gleiche Der Kreml hier ist auch das gleiche Das auch und so, hast du nicht gesehen? Ne, da ändert sich nicht so viel Macht auch Spaß einfach so Auch mit der Double Insie Wie gesagt, kein Burst Also durch Trinkets, aber Guter, konstanter Schaden Und, äh, Damage ist auch ohne Burst Ordentlich da Von daher kann ich mich jetzt eigentlich so nicht beschweren Klar, äh, hier mit Mit dem Teil wäre es etwas höher, weil Ich habe einen sehr guten Stärkewert Und ich habe aber zusätzlich dann noch Benutzt nochmal mehr Vielseitigkeit Als ich hier drauf habe Also es sind nochmal gute 500, fast 500 Vielseitigkeit mehr Generell plus dann den Stärkewert Das zusammen, äh, addiert sich ja gegenseitig irgendwie hoch Je mehr Stärke man hat, desto wichtiger wird Ah, desto, desto wichtiger ist ein Punkt Vielseitigkeit Und je mehr Vielseitigkeit man hat, desto wichtiger ist ein Punkt Stärke Oh Gott Auf jeden Fall, es wird stärker Gegenseitig Stärkste Kombination ist halt natürlich klar Die Brock Insigne hier Man hat einen festen Abhärtungswert, äh, Vielseitigkeitswert Und man hat einen unglaublich hohen Stärkewert So, natürlich gleich ab in die Front Chat anpassen Falls man was schreiben muss Gucken, ob sie uns jetzt hier aufs Maul hauen Oder ob wir sie vernichten Oder ob es einfach nur ein tolles BG wird Oh, du Asi So, wir haben gleich hier HP aufbauen Oh, da ist schon mal gleich das hier Totem kaputt machen Rogue Stunt CDs anwerfen Und hoffen, dass wir einen Brock kriegen Eingefroren Wir gehen nicht raus Ach, jetzt Ich würde mich raus können Als wäre er mich rausgeholt Schade, kein Brock Kick wir den Und da geht er Und da geht er down Oh, halber Hunter Hau, dich mal weg hier, hä? Oh, 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 oh Yes Geht er down, der Hunter Easy Maus Und da ist noch ein Priest Ja, wir zerken jetzt hier mal still Danach kommen wir gleich zum Friedhof hier in der Mitte Ist da noch ein Red? Oh, wieder fünf, zwei, vier, fünf Pallis Puh Ein Luxus Ja, da sind sie Oh, da hat einer Troble Nein, der hat kein Troble mehr Der ist nämlich tot 332, Qualle Oh, ich fiel Kann mich nochmal angreifen Mein Freund Bam, da geht er down Ich waffe einfach mal SDM nach Und da kommen wir Out of Combat So Jetzt kann man Oh, tut mir leid Jetzt mal Freedom Nein, du bleibst hier Gibt es auch nicht viel weiter Oh, scheiße, kommt weiter Nein, jetzt ist keiner vorne dran Und kann es aufhalten Aber das stimmt Unstoppable Multi-Kill Stunt Godlike Mega-Kill Ah, den war geinlined Tut mir den afkler Scheiß drauf Alles können Oh, vier Nein Jetzt müssen wir hier mal weg Oh, die sind auf der einen Seite durch Hier sind noch welche Weggesniped Das sah ja aus, als hätte ich ein Schlagen Äh, Blob 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 Kann man noch Dispeln Was ist denn du? Das sehe ich nicht gut Irgendwo sind sie doch durch, oder? Ach, die sind nirgendwo durch Na komm, jetzt fahrt's euch hier Komm, kaputt noch an Ist ja gut, dass sie nicht durchkommen Können eigentlich schön zergen Aber das ist dann eben doch ein bisschen Ich spiele mal, ich spiele mal, wie es sein soll Dann zeig mal einfach den Mage hier Ey, Mage, komm her, guck mal Genau, komm her Broms Ich bin fast tot Äh, du da Ah, Schammy Ist das ein Mini? Ist das ein Mini-Schammy Der kann sich wehren, wenn er will So viel Double kill Oh Und plopp Ist ein Stun Erstmal Wall up Raus mit der Insee Und dann den Schurken hier Okay, der ist Ne, der ist nicht aufgerollt Er scheint zu lecken Stunnen wir ihm Dann können wir ihn nämlich treffen Wenn er Ah Nein, wenn er Ding hat Wenn er entrindert hat So, kann ich ihn nämlich treffen Weg hier Oh, Scheiße Nee, jetzt muss ich hier weg Oder? Oh, komm Das wollen wir mal Appel haben wir auch noch Oh, 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 oh Scheiße Jetzt hat er den Chaos-No-Tisch bekommen Kacke Nein Nein, jetzt hat er den Chaos-No-Tisch bekommen Ich wollte eigentlich vorher Oder ich habe gehofft Ich kill ihn noch Aber dann Wollte ich noch Bubble ziehen Aber im Global geht das nicht Naja, gut Was soll's Ich habe sie aufgehalten Die kamen nicht voran Zeitspiel Boah, ich habe ein Siegler-Rechtschaffen neu drin Seit wann denn das? Oh, schon seit längerem Ups Das haben wir gar nicht gesehen Wahrscheinlich wieder Oh Entschuldigung Veratmet Ah, Mage Komm her So Jetzt gleich mal ein Richtschmuck drauf Ja, schön Der Zepp bringt ja nicht viel Stun Und Blinze Okay Oh, tschüss Ist da was? Schnuffel Schnuffel ist da Ja Schnuffel Was wird denn das hier? Ist das der Mage von eben? Ist der Mage von eben? Oh, macht ja der Wings an Töne ihn doch einfach Oh, keine Wings hier Boah, grip ihn doch nicht durch die halbe Welt Ist da jetzt was? Ne, die sind da drüben Wenn ich schnuffel, lasse ich jetzt in Ruhe Sortiert Alles sortiert, ja Zehn Stück schon Äh, oh ja Oh, da kommt jetzt einiges Haben sie da schon was? Haben sie schon angegriffen? Und das da auch Keine Bombe Scheint dann immer zu sein Ah Mist, jetzt bin ich im Zerg Ah Bäm Mist Da habe ich vielleicht keinen snipen So Es geht ja in Zukunft gar nicht mehr Kann ja alles vergessen So fangen wir gar nicht an Looten wir nicht mal, dass du nicht vorankommst Alles buffen Oh, da kommen sie Haha, was war denn das? Guck mal her Ich hoffe, wir haben nur eine Rechnung Ah ne, das ist Das ist dann, werde ich mal Ist dann Frischbruch drauf Wall is up Oh, 15 Inline Dancing Pally 3, 2, 1 1 Und tschüss Und tschüss Handtaten Biss durchheilen Da ist ja die K Ich habe nur Krückheiten drauf Leg da mit Ey Bis dann Na, 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 na Schau, wir kommen Ey Jetzt hat den keiner gesloutet Schön, ich komme nicht hinterher Das hat keinen Zweck Ich komme da nicht hinterher Gehen wir noch Können wir uns wegsnipen? Jo Das ist doch ein Damage Wundverhiel, oder? Killing Spree Ne war es doch Plopp So, sind die jetzt Osttor da hinten Also Gehen wir mal Oh, die sind durch Jupp 13 Gut Damage auch Oh, ich kann nicht mehr Nachbarn Oh ja Hier ist Ink Oh, war dezent Dann hauen wir dich weg Ja, auch recht Alles ab Oh, oh, oh Okay Nächster Kick Bottle habe ich noch Jetzt sterbe ich wahrscheinlich wieder Nein, diesmal nicht Der nächste könnte noch sterben Und ja, ich lege es drauf an Nein, ich werde es nicht Ah, scheiße Also ich habe ihn noch einmal Der denkt sich wahrscheinlich auch Du Arsch Hat ich wiederbelebt, lol Was hat nicht Die Dipps 24 Kams Das ist doch ordentlich Die DPS Okay, das Musikstück ist einfach mal von heute auf morgen Behindert Gut Oh, zu früh Ah, nee Oh, du Schurke Töten wir dich vorhin auch? Ja, ich bin nicht Mage Like mich nicht Aber er hat einen Inline gefressen Nö, ich gehe mal weg von hier Ich habe keinen Bock auf dich Nö Nö Ah, Runde ist vorbei So Oh, ich bin der Ballon Horde Ballon Horde den Ballon Ballon Oh, nee Heiler Ne, Prod Heiler? Prod Pally Was hat denn hier so einen Equip da? Okay, Ausdauer Deswegen Wahrscheinlich Heil gehalte der Schöne Oh, klar Ich auch heftig Dass die Caster sich damit umbringen Vor allem DotLot tötet sich damit Shadow müsste ich auch irgendwie damit töten Also alles, was viel dottet, tötet sich Taucht der Damage irgendwo auf? Ah ja, da taucht er sogar auf Wo kommen wir jetzt raus? Ah, hier grün, gell? Ne, blau Blue Ja, schön Obwohl ich es buffen nicht Außer mir Oder ich habe es überbufft Mastery, please Ja, wir haben hier noch zwei andere Pallys Die können auch buffen So, hier ist nichts sichtbar Ja, komm, wir machen Böhmchen mit Hier ist kaum einer Dann sind die alle hier drüben Hm Ja, okay Wichtig ist, dass wir alle auf eine Richtung gehen Die Kanonen sind besetzt Die gefällt ja so übel schnell Oh, Böhmchen-Läscher Böhmchen ist hier löscht Kommt, der können wir uns holen Oh, Schuh Können wir stunnen Jetzt gibt er noch einen Oh, wie geil Ah, genau das meine ich Du kriegst ein Inline Jetzt kann ich ihn nicht mehr treffen Tötet mich jetzt Wichser hier Dich kriege ich Oh, das Purschen Nein, das war meiner Du schweine Kill Clower Mach durch hier Oh, ist ja schon gleich vorbei Auf der anderen Seite auch Nee, den haben sie nicht Die Allis spawnen aber glaube ich Ja genau, sie haben sie auch nicht getappt Dann spawnen die Allis hier Äh, hier Hier, da ist er Genau, hier spawnen sie dann So macht man das auch Man tappt diesen Man tappt das hier nicht Ach, im Pre-Counter hat nicht geklappt Hier reindrücken Buffen Oh, jetzt wird's lustig Spürt sie hier raus? Ja Stunnen wir dich mal Töten wir dich Töten wir dich Okay Mit den drei Minuten Muss man ja auch sagen Na, Delphi Und Äh Wo sind die denn alle? Ach, direkt vor uns Ach, nein Hast du Fast gehabt Match, 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 match Mix Match, Match, match Match, 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 Match Match, Match Match, Match, Match Fall ich wieder runter? Ja momentan Ja, ich fall wieder runter Geil Da, gut, okay. Dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn etwas sein soll, habt ihr mit in die Kommentare und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!